In Schuss ist er nicht, der Röhrensteg über die Zwickauer Mulde in Schädewitz. Um das zu erkennen, muss man kein Fachmann sein. Schon allein das Dach ist dringend sanierungsbedürftig. Wie groß die Schäden an der historischen Muldeüberquerung aber wirklich sind, kann nur eine professionelle Überprüfung ans Tageslicht bringen. Das soll noch in diesem Frühjahr passieren. Ein genauer Termin steht bislang aber noch nicht fest. Der Röhrensteg diente in grauer Vergangenheit der Wasserversorgung der Zwickauer Innenstadt. Über Holzröhren wurde das Wasser von Rheinsdorf nach Zwickau transportiert. Zwei von diesen Röhren kann man noch heute unter dem Dach des Steges besichtigen. Somit ist diese historische Brücke nicht nur eine Möglichkeit, die Mulde zu Fuß zu überqueren, sondern auch ein wichtiges Stück Zwickauer Geschichte.